hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von johnny's world hier heute wieder aus dem klemmbaustein wohnzimmer heute habe ich euch ein set beziehungsweise mehrere sets von einer firma mitgebracht wo ich gar nicht so richtig weiß wie sie heißt klingt komisch ist aber so um der ganzen sache so ein bisschen sinn zu geben hole ich mal gerade ein stück weiter aus und zwar viele von euch mehr inkludiert hier bauen gerne modular buildings auch gerne asiatische modular buildings aber nicht jeder hat den platz dafür da wirklich so einen schönen straßenzug der halt bombastisch gut aussieht zu hause hinzustellen ja weil machen wir uns nichts vor klemmbausteine kann man nie genug haben aber platz für die klemmbausteine zu finden das ist meist das viel größere problem aber da gab es dann so ein paar findige baumeister hauptsächlich in asien die haben sich überlegt man könnte ja die häuser auch einfach mal kleiner machen bauer zum beispiel da seine hier china town serie in den kleinen die sind auf 10x10 platten und haben halt eine größe so dass man vernünftig unterbringen kann laufen sehr gut hier in deutschland leider hat china nur eine einzige serie mit westlichen gebäuden die sind ja bei denen sowieso ein bisschen unter repräsentiert aber es gibt genug leute die möchten gerne westliche straßenzüge aufbauen deswegen ist ja die modular serie von lego so beliebt und da kommt halt die neue firma ins spiel die ich da gefunden habe als ich in china war und ist das hier city mini street view marke steht nicht drauf gefunden habe ich hier die serie im showroom von die cool auf den kartons in den sie kommen stand teilweise g star drauf von daher weiß ich nicht so richtig was jetzt hier drin ist fakt ist es gibt 17 verschiedene gebäude von denen hier hier haben wir zum beispiel das parisien restaurant mag dem ein oder anderen leicht bekannt vorkommen genau wie das detective office oder aber was haben wir denn hier das sieht schwer nach queen grosser aus ja oder auch allseits bekannt und beliebt haben wir hier so ein chinese theater ja also so ein kino da werden jetzt viele von euch sagen was ist das für ein scheiß die kopieren ja einfach lego häuser ja das sind ein kopien im scale 1 zu 4 da ist die platte acht stadt lang und acht stadt tief und da haben die die häuser dann drauf aufgebaut also die haben quasi lego häuser die gängigen lego modulars genommen und klein geschrumpft so dass man halt viel weniger steine braucht viel weniger geld braucht so ein set liegt bei 6,99 euro und man braucht halt auch weniger platz um sich eine schöne straßenzeile zu bauen und da einfach nur kopieren doof ist haben die auch ihre eigenen sets rausgebracht hier zum beispiel haben wir eine wassermühle und hier haben wir was was über lego nie finden werden nämlich eine kirche eine kirche das wird es bei lego nicht geben die lassen sich ja von religiösen themen lassen die ja ganz die finger von wobei ich das schade fände da finde ich hätte gerne in der kirche bei mir in meiner street view bei meinen modula hauses ja hier back to topic so 250 bis 390 teile haben hier diese set je nach gebäude ob das größte ist die city hall gucken sie sich hier unten ist ja 392 teile ansonsten sind so zwischen 250 300 je nachdem 247 mal ich würde jetzt sagen ich suche mir hier ein set von aus und das bauen wir dann einfach mal zusammen und da ich ja hier ein faible für das chinese theater ab da hat star wars ja damals seine premiere ring gehabt werden wir das jetzt mal zusammen bauen einfach um zu gucken wie die qualität von der ganzen sache ist und ich bin mal gespannt was das ganze kann und ich hoffe tief inständig dass es was kann weil ich finde die serie an sich geil ich meine 17 verschiedene gebäude schön in der reihe da kann man schon ein schönes ding bauen und das ist trotzdem platzsparend das ist im endeffekt nicht mehr als wenn man irgendwie drei oder vier von den normalen 32er platten aneinander gemacht hat und hat trotzdem einen schönen straßenzug der auch nach was aussieht also würde ich sagen gucken wir uns mal an was das ganze hier kann ja hier haben wir die bauanleitung klammer gebunden für so ein kleines set wirklich beachtlich ja hier hinten drin haben wir dann noch mal die ganzen bilder es gibt da mehrere serien von insgesamt 17 stück ja und da hat man dann halt schon mal so ein bisschen so ein bild was man hier alles schönes raus bauen kann wenn ihr euch wundert warum hier immer so schwarze balken sind da drunter ist der kopf von dem legomännchen und damit das gar keinen stress gibt haben wir die einfach überkleben lassen ist hier auch auf den ganzen packungen so ja weil wir wollen ja hier kein gehampel mit den jungs aus dänemark haben also achten wir denen ihre rechte und sind da lieber ein bisschen vorsichtig ja insgesamt haben wir hier vier tüten drin mit bauteilen plus hier die 10x10 plate die qualität der druckanleitung macht einen sehr guten eindruck man kann alles gut drauf erkennen insgesamt ist die 46 seiten lang wobei auf jeder seite hier scheinbar zwei bauschritte abgebildet sind ich würde mal vorschlagen ich werde jetzt hier meine tütchen auf die tellerchen packen und dann werden wir mit dem bau starten und werden mal gucken wie es sich damit bauen lässt ich bin wirklich gespannt vorher noch mal ein kleiner blick hier auf die verschiedenen sachen die es sonst noch so gibt hier ansonsten schaut auch gerne mal auf unserer internetseite vorbei da haben wir sie dann hinterher auch alle online da könnt ihr sie dann bestellen oder ihr kommt bei mir im laden vorbei da könnt ihr euch natura anschauen und dann hier eben mitnehmen so wir sind jetzt hier auf seite 8 bauschritt 20 haben die grundplatte gefließt und ja also man hätte wirklich locker darauf verzichten können hier das ganze mit einer roten grundplatte zu machen da haben sie sich ein bisschen zu sehr am original aufgehalten weil da ist eigentlich kaum noch was was man rot sieht wir jetzt vorne die eingangstür schon hier mit einer interessanten befestigung gemacht haben wir die absperrung und die auch bei dem set mit dabei sind dass hier nicht irgendwelcher pöbel vorne rumlaufen kann wo dann die filmstars auffahren die rückwand haben wir und hier sieht man halt das ganz klassisch die hintereinander gesteckt werden können ist ein eckgebäude was wir hier bauen ja und also lässt sich ganz gut bauen die qualität der steine ist okay definitiv also eigentlich richtung befriedigung plus zwei minus sowas würde ich sagen ein bisschen höhere klemmkraft als bei lego man braucht ein bisschen mehr kraft um sie aneinander zu stecken ein gleiches gilt für die fliesen die ein bisschen vermackelt sind wenn man sieht es hier die haben den transport von china nach hier nicht so super überstanden oder sind schon in der fabrik nicht gerade sonderlich nett behandelt worden also die sehen aus als wenn sie hier schon ein paar runden in der spielkiste hinter sich hätten ansonsten lässt es sich aber gut mit bauen und ganz wichtig sie haben den groove das heißt wenn man sich mal verbaut kriegt man sie wieder ab teil der trainer ist leider nicht dabei aber bei so einem set wohl auch nicht weiter verwunderlich ich würde mal sagen soweit als zwischenmeldung bauen wir einfach weiter ich muss sagen das hätte ich jetzt nicht erwartet hier sind ja direkt bauliche finessen mit in diesem set drin also hier haben wir jetzt hier so eine wilde konstruktion gebaut und die wird jetzt hier so eingesetzt und schwuppdiwupp haben wir hier die front wo die karten verkauft werden also das überrascht mich jetzt direkt da bin ich wirklich sehr positiv überrascht und dass die hier mit solchen tricks arbeiten ich hätte jetzt gedacht hat wird irgendwie so zusammengefuckelt und gut ist aber das ist echt cool schlecht respekt jetzt haben wir halbzeit wir sind jetzt bei bauschritt 60 das ist seite 25 man sieht es hier an den verrosteten klammern wir haben die hälfte geschafft ja mal so ein wort zu den steinen wie schon gesagt die klemmkraft ist ein bisschen höher man muss ein bisschen mehr kraft aufwenden um sie zusammen zu kriegen die passgenauigkeit ist nicht so hundertprozentig also ja ich habe schon mit besseren steinen gearbeitet ich habe auch schon mit schlechteren steinen gearbeitet ich mal zum beispiel die von sluban die sind definitiv schlechter von der klemmkraft und von der passform her ungefähr gleich ja wobei das zwar unschön aber nicht wirklich schlimm ist hier in den plates passt ganz gut man hat manchmal das gefühl dass das nicht hier konsistent aus einer firma kommt was wir hier verbauen halten tut es kein problem sondern haben wir hier jetzt gerade den die letzte wetge plate hier reingesetzt und damit das erdgeschoss fertig und das hier ist ja der vorfuhr bereich da ziehen wir jetzt hier auch noch wieder die frontwände rein hier haben wir schon die aufnahme für die leuchtreklame hier vorne vorgebaut das geht zügig voran es macht spaß also es ist wirklich ein schöner haben wir für zwischendurch und die qualität ja gut es passt einfach vom preis leistungs verhältnis her 6,99 euro bauspaß ist da das aussehen der wende könnte besser sein muss jeder für sich selber wissen ob es für einen selber reicht oder nicht da muss jeder seine eigene entscheidung treffen ja hier nochmal eine bautechnik die ich ganz tricky finde hier für die fenster beim original sind ja durchsichtig zum vorführraum hin hier sind sie wenigstens zu was ja auch mehr sinn macht ja und die werden hier einfach mit ziehklemms dran gemacht an so eine plate modified coole idee muss man erst mal drauf kommen und das muss man wirklich diesem set hier lassen es hat mehrere wirklich witzige ideen und dadurch wird das ganze bauen wirklich interessant und spaßig ja bevor wir das ganze jetzt hier fertig machen einfach noch mal eben so einen kleinen blick hier auf die bautechniken die wir hier haben hier haben wir eine 90 grad bau richtungs umkehr das wird dann hier einfach stumpf drauf gesteckt für die dach fassade und hier haben wir einfach mit hinges gearbeitet um hier dieses chinesische dach nachzustellen einfach aber effektiv ja da haben wir es fertig hier das city mini street view palace cinema 11 14 294 teile für 6,99 Euro und ich muss sagen Borussen ganzen gefällt es mir ganz gut ist so ein netter snack für zwischendurch mal hat man mal ein bisschen zeit und ein bisschen lust und möchte mal ein bisschen abspannen dann ist hier so ein kleines häuschen eine nette sache nimmt nicht viel platz weg ja da kann man wirklich ein paar voneinander stellen und sich eine nette straße mit zusammenstellen für den schmalen euro und sieht trotzdem nett aus qualität der steine ist okay die ist jetzt nicht überragend gut definitiv nicht auf lego niveau ja man sieht es halt hier von den von den maßhaltigkeiten und von den spaltmaßen aber ist trotzdem nett schöne kleine details haben sie hier verbaut also ich finde das prinzipiell eine gute sache von der größe her ist es wie schon gesagt 1 zu 4 zu den normalen modulars von lego und auch von anderen herstellern ja 8 noppen mal 8 noppen es gibt hier von dem gleichen hersteller nochmal eine serie da sind die plates dann 6x6 noppen groß also nochmal ein schwung kleiner und was bei denen aber interessant ist ist hier die haben hier so kleine autos dabei die wiederum passen vom verhältnis her eigentlich sehr gut zu dem weil die sind eine noppe breit wenn man guckt die meisten autos die sind auch irgendwie so vier bis fünf noppen das heißt die kann man dann bauen und hier mit beipacken einfach nur so als anregung wenn man da so ein bisschen autos in seine in seinen streetview mit reinbauen möchte ansonsten ist das hier auch mal eine ganz witzige serie das sind vier stück die kosten zusammen 14 990 sind immer so zwischen 140 und 180 teile drin ungefähr ja zurück hier zu unserem zu unserem kleinen palace cinema ja es ist definitiv eine mini kopie von dem lego palace cinema was wiederum allerdings eine abgewandelte kopie vom chinese theater in kalifornien ist von daher ja ist halt die frage und auch genau an dieser stelle meine frage an euch was haltet ihr hier von diesen schrumpf kopien von lego modulars weil die technik die die hier reinbringen das ist ja ganz alleine den ihr ding und die haben sich hier wirklich den kopf gemacht also sie sind ein paar bautechniken drin da ziehe ich wirklich den hut vor finde ich cool wie sie das gelöst haben zum teil es sieht nett aus aber wie gesagt die design idee ist natürlich erstmal eine ich möchte mal sagen geliehene also da haben sie stark inspirieren lassen wie haltet ihr das wie seht ihr das sagte ja völlig okay weil das ist ja keine eins zu eins kopie die haben da genug hirn schmalz reingesteckt um das ganze hier eigenständig zu machen von daher ist das in ordnung weil er sagte nee also das ist ja im endeffekt schon verarsche hier die haben hier schon ideen von lego gemopst wie seht ihr das wie steht ihr der ganzen sache gegenüber ich meine es ist ja nicht nur gemopste ideen die haben ja auch mehrere eigene setze aber muss schon sagen die die hier an das ganze angelehnt sind sie sehen schon sehr sehr gut aus außerdem ist natürlich die frage was haltet ihr überhaupt von dieser größe sagt ihr was ein quatsch hier so ein teile grab wo lauter kleine steine nur drin sind was stelle ich mir nicht in nütze oder sagt ihr ja es ist eine geile möglichkeit eine schöne kleine straßenfront sich da hin zu bauen wenn man nicht so viel platz und nicht so viel geld über hat eure meinung zu diesem ganzen thema würde mich mal interessieren schreibt sie mir unten in die kommentare rein ja ansonsten bleibt mir nur noch euch jetzt noch einen schönen tag zu wünschen danke dass ihr zugeschaut habt bis zum nächsten mal und ich wünsche euch viel spaß beim selber bauen bis bald tschüss